So, ähm, dis, 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 und ich hör bei mir nen Gollum. Der ist bei mir. Den hab ich bis zu mir gehört. Ja, ich glaub dir das schon. Bei mir ist auch einer. Ähm, Gold. Okay, warum nicht. So. Beliebt bin. Aber. Ich mach mir jetzt das von ne komplette Goldrüstung. Ich müsste mich doch dann eigentlich mal in Ruhe lassen. Ähm, ja. Ich bin unter meinem Grab. Und ich höre die Biester. Wie schaffst du es unter deinem Grab zu zeigen? Ja. Genau so. Ich bin einfach unter dem Grab gespawnt. Ja, aber wie? Oder warum? Da war ein Hohlraum. Und Slashback hat dich dahin teleportiert. Ja, in den Hohlraum rein. Und trotz Goldrüstung greifen dich die Pigments an. Schön. Das heißt für Eyck jetzt, er muss seine Eisenrüstung wieder anziehen. Ähm, das hier. Das da wo war das Neta-Portal von uns. Ähm, mhm, mhm, mhm. Scheiße. Da sind die Minengänge von dir. Ja. So, dann muss ich mich graben. Ja. Das wird jetzt nur weichen dauern, dass ich mein Zeug hab. Und du bist gestorben trotz Diasan oder hattest du noch Eisen an? Ähm, da war eine ganze Horde, ich hatte Diasan an. Da war eine ganze Horde, was? Im Teufel war das? Black has hit the ground to hard, wills trying to escape. Äh, der hat dann bei uns so hart getroffen, bei dem er verschwinden wollte? Hä? Okay. Ja, ich hab hier einen Rückstoß 2. Ich hab dann wahrscheinlich runtergestoßen und gekillt, aber... Ähm, naja, nochmal zu dem Dings zu kommen. Ähm, Alter, wie sieht mein Minenschacht hier aus, Darko? Hast du dir ordentlich was gemacht? Kommst du? Okay, ich war doch kein bei dir. Ich... Du hast ja Haufen Gänge gekraben. Ja, aber schon immer. Schon die ganze Zeit. Kommst du? Vanilla116. Ja, kommst du immer noch zu mir? Ja, kommst du immer noch zu mir? Seit gestern war ich nicht... Also ja, ich würde immer noch zu dir kommen, aber ich war nicht mehr seit gestern. Boah, kein Wunder, dass ich bei mir nichts mehr finde. Hallo? Ich finde bei dir nichts, aber trotzdem komme ich. Du altes Loot-Schwein. Du denkst, du kannst mir die Dears abgrasen. Ahhhh. So sieht's aus. Äh, ne, ich hatte Full Deer an, hatte eine ganze Horde von diesen Picklins. Joa. Und die haben geblubbert. Aber es ist von unserem Nether-Portal nur 450 Blöcke weg, also. Das krieg ich locker hin. Und trotzdem ärgerlich mit den Leveln. Ist irgendwo ärgerlich. Aber gut, Level-Farm kannst du in der Overworld ja auch recht easy. Ja, ich hab Gott wieder 22. Ja, eben in der Nacht rausgegangen und... Du machst du locker 10 bis 15 Level. Äh, ich muss jetzt irgendwie da runter. Auch, da ist schon wieder so ein Pick-Daffy. Ah, rote Partikel sind Stärke. Okay, aber was sind dann Goldene? Ohhhh, leck mich doch! Hast wahrscheinlich sowas in der Art. Was denn? Ich hab schon wieder Picklins hier. Ich weiß auch gar nicht, ob die jemals die spawnen werden. Äh, das glaube ich nicht, aber... Warum haben die mich gehittet, trotz kompletter Goldrüstung? Dürften die doch rein theoretisch gar nicht. Wann sollen, dass das umgeändert hat? Sind ja auch... Ah, OP-Goldapfel! Hahaha! Ich hab schon eine Kiste gelootet. Mit dem solltest du's aber jetzt hinkriegen. Na ja, jetzt renne ich grad so ein Eisenrost rum. Ein scharpenes Eins-Schwert. Äh, warte mal. Da hast du ja auch nochmal Todespunkte. Ich muss zu denen dort. Genau, ich renne richtig. Ja, ich muss hier auch die Todespunkte um alle clearn. Ah, hey! Hier hab ich Soulcent gefarmt. Schön! Jetzt hab ich das Essensproblem. Ich hab vergessen, Essen mitzunehmen. Jetzt hab ich bei mir wieder was angebaut. Haha! Joaah! Joaah! Äh, Aber trotz Goldresort ist doch Assi. Haha! Haha! Ja, okay, das macht's halt umso schwerer, aber... Uuuuh! Wow! Kommt vielleicht dann auch eher der Warnung entgegen, dass sie gesagt haben, jedenfalls stand das in der Mordwirkheit, dass man erst mit sehr guter Ausrüstung never gehen soll. Ja, das wäre dann eine OP verzauberte... Äh... Dia-Rüstung. Wahrscheinlich. Na dann... Ich will nur aufpassen, was die hier oben drauf sind, wo ich hin will. Ich hab zwar ausgeleuchtet, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Äh... Hier... Was? Alex Mops? Das ist... Äh... So ein grünes Buch, Animal Diction. Achso, das hab ich schon. Joa, da kannst du gucken, was für Mobs und Nähter sind. Ich hatte gehofft, dass man damit, ähm... Äh... Äh... Ähm... So Dingsbums. So Taming und Follotpflanzen und so weiter. Infos findet. Das wäre natürlich auch... Gah! Ha! 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 Halt! Ist er fast runtergeplumpst. Oh, was? Ich hab das Loch noch kommen sehen. Gerade so. Also ich nehm immer mindestens 4 Herzen Schaden, wenn ich zu dir will. Warum? Ja, weil ich ja keinen anderen Winkel hin hab. Shit, wie macht man das jetzt hier? Leckt gerade ein bisschen Ich wollte die 35 What's born with difficulty 35 Okay, das war das Grab mit der Goldrüstung, das habe ich schon mal Das heißt, das andere müsste rein theoretisch Darüber oder darunter sein Ähm Nein So, um Ähm Mein Grab ist weg Das zweite Grab ist weg Wir sind doch übereinander sporen eigentlich Ja, eben nicht Beides, beide Todespunkte sind direkt hier drin Das ist dann scheiße Die sind zu weit weg Ich habe aber da unten noch ein 38 38, 8 Meter weg ist Ich gucke mir das nochmal an Das ist wirklich scheiße dann Weil da war eine komplette Tierrüstung dabei Das ist zu weit unten da, der Todespunkt Da kann das irgendwen wegklappt sein, dass es irgendwo auf der Höhe halt oben unten irgendwo ist Ich bin mal gespannt, ob die Server jetzt funktionieren, sonst sind die gleich wieder da Gut, ähm, ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns erst morgen wieder Ah ja, tschö Tschö Das ist ja So, das müsste doch rein theoretisch hier sein. Kann es wirklich nach oben gepackt sein? Aber da hätte ich das doch sehen müssen, rein theoretisch. Wir gucken mal. Aber da war ja alles drinnen. Ach, lass dich doch in Ruhe. Nee, also oben ist es nicht. Okay, dann nach unten Kram und gucken. Du, 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 du. Hm. Was wäre hier? Blödes Grab ist weg. Cool. Oh, das ist ja mal richtig assi hier. Oh, Mann, Mann, Mann. Oh, Gott. Hier bin ich wieder im Kistenraum. Hier müsste das sein. Das ist ja dann scheiße. Ich reconnecte doch mal kurz. Ah, da könnt ihr mal ganz kurz raus tappen. Du, 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 du. Du, du, du. Du, du, du. Äh. Ne, ich muss den Chat wieder in den Vordergrund holen. So. Mal gucken. Ne, ist es da oder ist es weg. Wenn es weg ist, ist es scheiße. Aber gut. Dran ändern kann ich jetzt auch nichts. Ne, ist immer noch nichts da. Oh, das ist scheiße. Alter Tod, alter Tod. Ähm. Keine Ahnung, was das da für ein Todespunkt ist. Der ist halt so zu weit unten dafür. Und jetzt die Picke, Bro. Toll. Ey, das ist der doch nie und nimmer. Never ever ist der das. Der wäre halt hier. Da steht auch keine Zeitangabe. Oh, das ist scheiße. Ähm. Äh. Dö, dö, dö. Oh Gott, ich höre jetzt Mops. Das ist nicht schön. Die Picklings können das Zeug nicht aufgenommen haben, wo ich gestorben bin. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich sehe da oben einen Goldblock. Das war's. Die sind zu weit weg. Äh. Nein, hier hoch, bitte. Okay, wir starten. Was setzt du? Passiert halt auch nichts. Das irgendwie auftaucht. Hm. Okay. Hochgebackt ist es auch nicht. Würde man das ja hier sehen. Nö. Gut. Au. Wir werden hier gleich nochmal zurückgehen. Slash home. Äh. Ist zwar scheiße, aber gut. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Äh. Die muss repariert werden. Was haben wir hier? Fortune 1. Oh. Ne, die nicht. Aber die hier. Und hier haben wir Unbreaking. Dann nehme ich die Unbreaking erst einmal mit. Äh. Das da. Pfeile da. Blöcke können erst einmal gelöscht werden hier. Außer Obsidien. Ach. Ich hätte Eisen zum Reparieren dabei gehabt. Ja, gut. Stimmt. Mein Eisen ist ja jetzt auch flöten gegangen. Ach. 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 Ich hätte noch genug Diamanten hier. Also. Sollte nicht das Problem darstellen. Was hatte ich hier noch alles drin? Habe ich eventuell das hier noch? Ja, das war das. Aber hey, das lassen wir jetzt mal dabei. Back, Y68. Y68, Y11, welcher ist denn heute? 23. November, 16.50 Uhr, ach das ist ein älteres Stück. Scheiße. Okay, wir können ja nochmal die anderen abklappern. Liegt das am Spawn noch rum, was ich weggeschmissen habe? Nee, scheiße. Scheiße. Ich muss die Dinger echt anfangen, oft zu heben. Hier, das ist das letzte, genau. Back. Höhe 87. Hier steht nämlich schon alles drin, was ich hatte, das ist gut. Höhe 87. Höhe 87. Höhe 87. Höhe 88. Höhe 89. Höhe 86. Höhe 87. Höhe 87. Öhe independ umziehen und ziehen unsanisches auf dem K oppressor. Höhe 88. Höhe 89. Okay. Ich weiß ja, dass es hier drinnen auch Kisten gibt. Oh Gott, das ist weg. Wo waren hier drinnen die Kisten? Ich weiß, ganz unten sind welche, da sind noch Goldblöcke und ein Slime Spawner. Oh, da ist ja auch der ganze Knoestein weg. Oh fuck. Naja, da kann ich jetzt überhaupt nichts mehr dran ändern. Schade, schade Schokolade. Da sehe ich eine Kiste. Äh, so. Und da ist noch eine. Nice. Und da sind die Goldblöcke. Ah, ja, gut. Könnte besser sein. War hier unten jetzt noch eine oder nicht? Ne. Ist die andere Kiste rein theoretisch dahinten. Und wenn ich hier dann unten... Äh. Hä, wo hab ich denn die andere Kiste gesehen? Da hinten? Da hinten? Wieso da hinten? Auf einmal? Na ja, dann gehen wir halt da hinter. Boah. 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 Nein, lass mich mal in Ruhe. Boah. Oh муж. Ah, ha, 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 ha. áh. Warte, echt? Keine Kiste? Okay. Oh Gott, war das knapp. Der blubbert fleißig vor sich hin. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Ich brauche ja wieder Level. Passt mal auf, du kleiner Pimmelklatscher. Ja, jetzt kommt da alle ein Geschiss. Ich brauche es, du kleiner Pimmelklatscher. Okay. Da 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 Wow, wartet mal, ich bin gleich tot. Das war aber nicht so abgemacht, dass ich hier dabei draufgehe. Ach komm. Okay, ich bin zu weit unten. Na. Okay. 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 Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Kiste. Oh, wenigstens wieder ein schönes neues Dierschwert. Das ist doch schon mal nice. Oh. Ansonsten, kistentechnisch müsste es ja gewesen sein. Das dürften nur noch Goldblöcke hier sein. Gold kann nicht unter Tage fahren, das ist nicht das Problem. Du, 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 du. Zauberungsbuch kommt hoch. Das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Knochenblöcke kommt zum Mobblut. Genauso das Zeug. Essen kommt da rein. Essen kommt da rein. Eisen kommt da hin. Quarz kommt da hin. Gold. Oh, sollte rein theoretisch auch da hin kommen. So. So. Da. Haben wir das. Noch Redstone-Blöcke. Haben wir hier. Dann kann das mit rein, das mit rein. Das kommt da hin. Das kommt wieder da rein. Das Buch kommt hoch. Wo ich das Null brauche. Äh, der Rest hier wird. Die Darko, die Bücher da oben werden nicht gewertet. Warum? Die da oben werden nicht akzeptiert von dem Verzauber. Die. 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 Und dann baut der das auch noch so, dass das Ding zu ist. Da machst du wenigstens richtig und machst so. Aber es ist immer noch 30, 28, okay, das und das, so, lass mal das so. Genau, genau, genau und mal ganz ehrlich, Darko hat bestimmt das Holz bei mir genommen, ohne zu fragen. Ja. Mensch Darko, Fragen nach Holz ist doch kein Problem. Nochmal Darko, hast du meine Bücher genommen? Hast du bei mir Bücher rausgenommen? Boah, wenn du das gemacht hast, Darko, dann darfst du hier nicht mehr in die Base. Also dann ist Schicht im Schacht. Das steht fest. Dann ist Schicht im Schacht. So, genau, die bleibt, die weg, die dahin. Wenn ich jetzt Back eingebe, bin ich hier. Ja. Okay. Du knurrendes etwas, du bist mir sowas von egal. Ich will jetzt hier wieder raus. So. 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 Ich will jetzt hier, dass du snackst mich nicht. Ich muss wieder Klostein fahren. Und fucking xp Ja und netter Quarz, der ist ja mit flöten Ja und Du Das ärgert mich aber noch, dass alles weg ist. Es ist ärgerlich. Nederwarzen brauche ich auch noch, oh, da geht es schon wieder los. Ich brauche noch eine Nederfestung. Ich brauche Klostein, Netherrack, ich brauche irgendwie alles. Äh, okay, die ist erledigt. Sonst habe ich keine Festung zufälligerweise einfach mal so entdeckt, oder? Oh doch! Ähm, wie kann ich Railpoint setzen? War da hier nicht irgendwas? War das H? Nein? Okay. Ähm, ich muss... Wo bin ich denn? Da bin ich. Ich muss mich einmal umdrehen und in diese Richtung rennen. Dann machen wir das natürlich. Und unterwegs schön Level-Farm. Und Goldblöcke natürlich. Du, 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 du. Du, 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 du. Uah. Oh, Jackie. Um. Oh, er trif nous. Uh. Oh, da bin ich jetzt nicht bald mal oben hier. Nö, lass mich in Ruhe. Au. Nö, du sollst aufhören damit, habe ich gesagt. Mann, Mann, Mann. Oh, das sind auch mehr von denen. Oh. Du, 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 du. Oh, lass mich doch. Nein. Pfui. Nein, ich schmecke nicht. Du, 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 du. Oh. Müsste ich ja rein theoretisch gleich da sein. Äh. Äh. Nur noch geradewegs nach Norden. Oh. Das wird ein Spaß werden. Norden. Ja. Durch das Piklin-Gebiet hier. Na toll. Na toll. Äh. auf. Ja. Du, 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 du. glaube ich irgendwie höher aber die möchte ich aktuell noch nicht mitnehmen ich weiß noch nicht wie meine mauer aussieht du reizt mich gerade klo stein du reizt mich gerade dass ich dich mitnehmen wird sich eingesammelt Äh, immer Richtung Norden, habe ich gesagt. Du 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 duu. Haha, komm ich schon auf, dumme Gedanken. Tschüss. 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 Tschüss.